Willkommen zu einem weiteren Artemis Suite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und die Möglichkeiten der Startpage der Artemis Suite. Nach dem Start der Artemis Suite Software werden Sie als erstes mit der Startpage begrüßt. Erfahrene Nutzer werden hier zunächst ein geöffnetes Poolprojekt mit seinen Pools erwarten. Keine Angst, das ist nicht weg. Ein Klick auf die Schaltfläche Pool Project und schon sind Sie da, wo Sie sich auskennen. Hier haben Sie den Datenpool, den Analysepool und den Zielpool. Die weniger oft benutzten Pools für Filter und Statistikoperationen können auch hinzugezogen werden. Wozu denn da noch die Startpage? Gehen wir noch einmal zurück. Die Startpage erreichen Sie jederzeit, indem Sie in der Software oben links auf die Schaltfläche Start klicken. Es gibt so viele neue Funktionen und Möglichkeiten in der Artemis Suite, dass wir sicherstellen wollen, dass Sie diese auch auf Anhieb finden. Die Startpage bietet Ihnen übersichtlich einen direkten Zugang zu allen Funktionen, die die Software Ihnen bietet. Wie ein Inhaltsverzeichnis bei einem Buch können Sie so gleich an die richtige Stelle navigieren, aber auch jederzeit wieder nachschlagen, wo spezielle Module in der Software zu finden sind. In der Standardeinstellung werden einige übliche Anwendungen angeboten. Welche Module Sie für Ihre Aufgaben brauchen, hängt ganz von Ihnen ab. Deshalb können Sie sich das Angebot auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Unter dem Reiter New werden Ihnen alle lizenzierten Dokumente angezeigt. Da sehe ich zum Beispiel das Compact Analysis Modul, wenn ich mal ganz schnell eine Messung auswerten möchte. Das benutze ich sehr gern. So kann ich mir da ein kleines Sternchen dorthin setzen und sage Like. Genauso brauche ich oft das Decoder Project, weil ich regelmäßig Kann-Daten extrahieren muss. Also will ich auch das in meiner Auswahl dabei haben. Gehe ich nun zurück zu meiner Startoberfläche, habe ich diese beiden Module nun unter meinem Favoriten dazu bekommen. Hier das Decoder Project und auch das Compact Analysis Modul. Sound Engineering ist toll, brauche ich aber für meine Arbeit nicht. Ich kann es mit dem Klick auf das rote Kreuzchen aus den Favoriten entfernen. Und so passe ich mir meine Oberfläche an. Was gibt es noch? Unter Data Acquisition finden Sie neben dem klassischen Head Recorder auch weitere Datenakquise-Methoden. Ich mache von Zeit zu Zeit auch Impulshammer-Messungen. Da nehme ich mir das Impact Measurement Tool mit in meinen Favoriten. Unter Tools finden Sie des Weiteren die kleinen praktischen Helferlein, die Ihnen beim Aufbereiten von Messdaten zur Hand gehen. Oft muss ich meine Kanäle innerhalb der Messung neu sortieren. Das mache ich hiermit. Und bei einem Prüfstand müssen wir die Messdaten von zwei Messketten zu einer Messung zusammenführen. Das geht mit dem Merge-Tool. Schauen wir uns das nun nochmal an. Unsere Startpage bietet uns nun alle Funktionen, die wir regelmäßig brauchen, sauber sortiert auf einer Übersichtsseite an. Dokumente, kleine Helferlein und Methoden zur Datenakquisition. Was kann ich noch von der Startpage ausmachen? Zum Beispiel können Sie hier die Grundeinstellungen zur gesamten Software vornehmen. Unter Options können Sie zum Beispiel einstellen, in welcher Sprache die Software erscheinen soll. Sie können einstellen, mit welchen Einheiten und Formaten gearbeitet werden soll. Was ist der DB-Bezug bei der Beschleunigung? Wie viele Nachkommastellen werden bei der Drehzahl mit angezeigt? All diese grundsätzlichen Einstellungen lassen sich hier zentral vornehmen. Auch die Formatierungen bei einem Export, zum Beispiel ins ASCII-Format, können hier softwareübergreifend eingestellt werden. Wenn ich nun ein weiteres Projekt öffne, kann ich wie gehabt meine Analysen hinzufügen, hier Level vs. Time und einen Mark-Analyzer als Ziel angeben. Dieses Projekt kann ich jetzt speichern, indem ich auf Speichern klicke und nenne es Level vs. Time Analysis. Sobald ein Projekt gespeichert wurde, erscheint es in meiner Startpage in der Liste Recent Files. Ganz oben steht nun das Projekt Level vs. Time Analysis. Ein Klick darauf und ich bin direkt wieder in meinem Projekt. Natürlich landen dort auch Dinge, von denen ich weiß, dass ich die nie wieder brauche. Pool Project 2 hat keine Relevanz für mich. Mit der rechten Maustaste kann ich den Eintrag aus der Liste entfernen. Brauche ich nicht mehr. Mit der Zeit werden hier alle neuen Dokumente aufgelistet. Wenn die Spalte vollgelaufen ist, werden immer die selten benutzten Sachen automatisch herausgenommen. Wie viele Dokumente in dieser Liste angezeigt werden sollen, kann ich natürlich einstellen. Wo? Natürlich auch unter Options. Hier lässt sich die Anzahl der Listeneinträge einstellen. Jetzt kann es aber sein, dass ich bestimmte Projekte zwar nur selten brauche, aber dennoch immer wieder mal zur Hand haben muss. Zum Beispiel mache ich nur einmal im Jahr Road Noise Analysen als Urlaubsvertretung. Da kann ich diesen Eintrag hier festpinnen. Road Noise ist jetzt gesetzt. Wann immer in den nächsten Jahren eine Road Noise Analyse durchgeführt werden muss, reicht ein Klick und ich bin direkt wieder im richtigen Projekt mit allen seinen vorgegebenen Analyseeinstellungen. Außerdem will ich noch auf das umfangreiche Hilfesystem aufmerksam machen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie bestimmte Aufgaben am besten durchgeführt werden können, dann schauen Sie doch mal in das neue Hilfesystem. In diesem Hilfesystem werden Ihnen übersichtlich verschiedene Themenbereiche angezeigt. Schauen Sie doch mal unter typische Aufgabenstellungen. Ich habe die Situation, dass ich meine Messungen vor der Analyse noch aufbereiten muss. Hier steht es. Wie kann ich Kann-Daten extrahieren? Wie gewinne ich Drehzahlsignale aus Messdaten oder ganz neu, wie funktioniert das eigentlich mit dem FlexRay-Datenstrom? Ein Klick und Sie erhalten Beispiele, Hintergrundinformationen und eine Anleitung, wie das funktioniert. Alles direkt aus der Software heraus erklärt. Zum Abschluss möchte ich hier noch eine sehr praktische Funktion der Startpage zeigen. Dazu muss ich etwas vorgreifen. Wenn Sie in die Suite eingestiegen sind und schon wertvolle Analysen an verschiedenen Messobjekten durchführen, hier zum Beispiel an verschiedenen Staubsaugergeräuschen, die Sie direkt miteinander vergleichen. Sie haben auch schon störende Auffälligkeiten identifiziert, die Sie mit Ihren Werten bemaßt haben und sind sogar schon so weit, dass Sie für einen Staubsauger schon konkrete Entwicklungsvorgaben machen und aufzeigen, welche Verbesserungen hier bei 500 Hz zu erzielen sind. Welche Auswirkungen haben die Ordnung bei 1440 Hz auf die Klangqualität und wie viel dB Absenkung sind notwendig für eine wahrgenommene Verbesserung? Sie stecken also mittendrin in der Analyse und dann müssen Sie aufhören. Vielleicht, weil Sie erst morgen wieder weiterarbeiten können. Vielleicht wollen Sie gleich Ihre Präsentation nebenan halten und müssen mit dem Rechner umziehen. Und in beiden Fällen wollen Sie genau dort weiterarbeiten, wo Sie gerade aufgehört haben. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Suite komplett zu schließen. Dann wird der gesamte Arbeitsbereich auf Ihren Wunsch hin abgespeichert. Bei einem erneuten Start der Software können Sie dann mit der Funktion Restore Last Workspace den letzten Arbeitsbereich wiederherstellen. Alle geöffneten Projekte, Data Viewer, Mark Analyzer, werden wie beim letzten Schließen der Software geladen und angeordnet. Und Sie können nahtlos weiterarbeiten. Nun haben Sie einen Einblick darüber erhalten, wie Ihnen die Startpage einen Zugang zu den vielen Funktionen in Ihrer Atemis Suite Software bietet. In weiteren Tutorials erfahren Sie mehr über den Umgang mit den einzelnen Modulen und Projekten.